Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Sido, Ich und Keine Maske. Die ersten Solo-Alben von Sido trugen den Titel Maske, Ich und Ich und Meine Maske. Nach mehr als 11 Jahren und zahlreichen Releases kommt nun der quasi vierte Teil, der an die alten Alben anknüpft. Ich und Keine Maske beinhaltet 14 Tracks, Features kommen unter anderem von Luciano, Casper und Apache. Das Album kommt über Goldzweig Berlin und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Mero, Unikat. Im März 2019 erschien das Debütalbum von Mero, Jahero, Ja Mero. Nach etwas mehr als 6 Monaten kommt nun das zweite Solo-Album des Rüsselsheimers. Unikat kommt mit 14 Tracks und beinhaltet Features von Brado, Eno und Ratar. Das Album kommt über Groove Attack Tracks und erscheint als CD und auch als Box. Massiv Latif. Der Albumtitel Latif stammt aus der Serie 4 Blocks. Dort tritt Massiv als Teil der Großfamilie Hamadi unter dem Namen Latif in Erscheinung. Die Tracklist wurde bis jetzt noch nicht komplett bekannt gegeben, als Feature ist bis jetzt nur sein Qualitäter-Signing Ramo bekannt. Das Album kommt über Alma Siva und erscheint als Box. Deichkind. Wer sagt denn das? Deichkind ist eine Hip-Hop-Gruppe aus Hamburg, die seit 1997 aktiv ist. Durch Tracks wie Remi Demi oder Leidergeil wurden sie einem breiteren Publikum bekannt. Das letzte Album der Hamburger erschien im Januar 2015. Nach mehr als 4 Jahren ist es nun an der Zeit für Album Nummer 6. Wer sagt denn das? Kommt mit 18 Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Album kommt über Sultan Günther Musik und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.